Ich bin froh. Ja, wohl, ich brauche ja allein für schon eine Meister schon fast beschlangt worden. Dafür könnte ich den Keller ausgebaut haben, als Trophäenraum. Also das ist... Er kann auf jeden Fall in den Hohenschrägen, davon können wir auch ausgehen. Ja, dafür schafft man nicht gerne Platz. Oh, der hat die Rettung auch bekommen. Nämlich eine 15.066, wo man dann Rang 2 in der Qualifikation für UDF. Ja, jetzt... Ich glaube, man müsste ein Hänseer sein, um die Graspupel zu gucken, um zu sagen, ja, den werden wir nicht mehr nehmen.